Die sammeln halt die Sachen immer weiter auf, was ich machen kann, mit dem Sushi. Äh, ach komm. Kackvieh ey. Ah, ich muss da durch. So, hier hatten wir, gut. Könnte ich gleich noch mal starten. Komm, hau ich mal kurz da das rein. Wir kriegen ja grad ganz gut was. So, das ist auch abgeschlossen. Hier wollte ich noch mal. Äh, wo haben wir das? Da, deswegen habe ich die nämlich auch gekauft. Hier. Davon haben wir halt eine. Müssten wir farmen gehen. Genauso wie das hier dann. Etwa das eben. Da fehlt das. Hier haben wir halt nix weiter, glaube ich. Ne. Ein Gebäude ist das. Stahl, Leder. Wie viel Leder haben wir denn? 22. Könnten eigentlich noch mal ein bisschen mehr herstellen. Stahl haben wir momentan nicht so viel. Das ist n bisschen das Problem. So. Ich wollte hier. Die wollte ich haben. zack. Machen wir mal so. Tufel 24. Ich wollte nämlich jetzt auf Bank gehen. Bankwesen. Zack. So. Was haben wir denn? Haben wir da jetzt was Neues? Wirtschaft. Bank. Jetzt fehlt noch Goldbahn. Kann man. Äh. Können wir Gold herstellen? Nein. Natürlich haben wir kein Gold jetzt. Hm. Und ihr beide könnt wieder mitkommen. Boom. Wir sind jetzt wieder abgeschossen worden. Ich will hier durch. Macht mir mal Platz. Und ich mach so. Bäm. Yay. Was ist das denn da oben? So. Wir müssen rüber. Ist wahrscheinlich hier auch wieder ein Rätsel. Farm bauen. So. Was ist das? Äh. Da passiert nix. Hm. Da passiert momentan nix. Alles klar. Hallo. Irgendwie ist die Schrift ab und zu mal so komisch, ne? Schön dich kennst du denn Freund. Okay. Irgendwie ist das gerade. Ich heiße. Na na na. Keine Ahnung. In der Wüste ist es schwierig Prinzessin zu sein. Hier wachsen keine Blumen. Eine. Keine Blumen. Eine blumenlose Prinzessin. Es ist einfach schrecklich. Kannst du mir helfen. Die will Blumen haben. Die will Blumen haben. Guck mal. Schädelsteben hier. Und wenn wir welche kriegen ja auch. Klar. Äh. Bauen. Zack. 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 Müssen die auch mal rüber. Inventars voll. Äh. Nein. Krieg ich Schaden. Ne. Okay. Ich kann stehen bleiben. Alles klar. War nicht mit Absicht. Wollte ich eigentlich nicht so testen. Aber gut. Hat ich gerade Schaden bekommen oder so. Ich bin hier durch. Bäm. Ja. Okay. Die Insel da unten noch. Müssen wir auch nochmal hin. Ähm. Zack. So. Was ist das? Was sind das für Dinger? Hm. Ich hab keine Ahnung. Kann man damit irgendwas machen? Ne. Passiert auch nichts. Moment mal. Ne. Hier glaube ich auch nicht. Hm. Das ist komisch. Oh. Energie zu niedrig. Wieder mehr Platz. Komm. Ich verkaufe das. Ganz ehrlich. Ich bin so viel davon. Die wird auch Blumen haben. Ne. Ich frag mich auch was das ist. Ah. Ja. Ich brauch insgesamt 40. Wir müssen da oben nochmal hin. Ah. Brücke. Farm. Dün. 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 Erstmal nur die Hälfte. Zack. Das haben wir halt auch so ein Eisgebiet. Was ist das denn? Hm. Töte ein magisches Reh. Ja. Dün. 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 Töte ein magisches Reh. Okay. Oh. Hm. Nein damit. Jetzt kannst du die magischen Reh einfach nur geben. Tauchen hier mal wieder Elfen auf? Oder was? und dann wissen wir schon mal, wo wir die Hellkriege äh komm so ne, ich glaub nicht was kriegen wir eigentlich hier, wenn wir schaufeln äh muss ich sagen ja, momentan ja aber wenn wir die upgraden ist halt ne andere Frage äh ich find nix, schaufeln na gut, dafür brauchen wir das halt noch 30 30 Stück äh ich will hier wieder Bum machen die Blumen sind natürlich stehen geblieben 15 haben wir jetzt wir brauchen ein paar mehr aber hier Spawnwings sind alles ganz gut jetzt dadurch äh, so zack zack 22 haben wir jetzt ich weiß echt nicht, was man damit machen soll hm Blumen ja, mit da ist voll ja, ist schön für dich äh ich muss mal was essen so wie fahren wir denn 11 das teile 50 Stück brauchen wir von denen pack die mal erstmal da rein ok ok hier brauchen wir halt noch wen die wir gerade gekillt haben so 33 hatte ich jetzt schon und die brauchen wir halt auch dafür äh hier war nochmal nix, was wir gerade machen oder haben ach ja eine Insel können wir gerade keine mehr kaufen können wir zu wenig Kohle ich möchte so viele Steine hm äh was können wir denn noch machen Upsalat haben wir drin Suppen Flasche Milch Spieße machen wir jetzt mal Spieße ach machen wir hier alles los mittlerer Rucksack dafür brauchen wir noch Leder Fäden haben wir gerade keine mehr gut aber danach schon danach aber schon Anker ach guck mal hier ich hab so viel Fäden gar nicht mehr das würde reichen so zack äh hier waren die ne ich vergesse mal wo die waren Spieße wie viel haben wir denn okay fertig hier waren die ja fertig so mehr von den anderen Sachen hätten wir halt nicht so Plätze waren voll ja guck mal hier da ist das ganze Gold gelandet jetzt wie sieht es eigentlich aus wie viel Gold können wir jetzt herstellen 56 ich glaube wir brauchen noch mal ein bisschen mehr Kohle Eisen ja den Stämmer her äh okay wir hatten ja hier noch boah dauert das lange noch so eine oh mit Haars voll natürlich warum auch nicht wir steigen einfach nochmal ein Level auf so hier äh Schatzkammer Banken generieren neben andere Banken Münzen um 50% schneller okay nehmen wir das zack so wie war das wir brauchten Banken dafür braucht wir Gold das stellen wir jetzt her können wir mich mal hier durchlassen bam so wie viel Blumen haben wir denn jetzt 27 ich glaube da so was sagt Gold 11 Wirtschaft Bank Moment mal ich würde sagen found farm so das geht das nicht Moment da ist voll Holz immer wenn die zu nah rankommt dann ändert sich die Schriftart also ist das noch bisschen buggy komm Wirtschaft Bank zack jetzt generieren die Cola 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 Hallo cool schon wieder Anker was sollen wir denn ganz Zeit mit den Ankern außer die zu verkaufen 200 wie viel Sand wir einfach haben ich glaube wir brauchen noch mal eine Schmiede mehr dafür muss ich erstmal nochmal was machen wie viel Holz haben wir ok so bauen industrie ofen ja das steht wird noch hier bla 26 kann auch Fleisch kochen mach mir mach können noch so eine Bank bauen jetzt oder dafür fehlen die Ziegel Ziegel äh Moment mal wenn ich hop ich bin mir halt alles wieder ich will das ein bisschen angeordnet da jetzt haben so äh mal aus dem Weg gehen da Industrie auf zack hübs machen wir so ok nochmal Kohle du machst das du machst das und du machst das so wie sind das keine Ahnung holt mir mal noch mehr Stein und alles ist klar ihr zwei jauh wahrscheinlich wahrscheinlich wirtschaft bin noch ein paar Ziegel oh jetzt muss ich herstellen schriftrolle des daemons schriftrolle des daemons konsumgegenstand konsumgegenstand ok voll verschwendet was war das was war das ich frag mich wie das hier geh weg das hier wohl so ist ich frag mich was das ist passiert auch nichts na gut wir können die abbauen ne ok ne ne die hat mir eben nicht weg werde ich wollte grad schon sagen hm ich weiß nicht was das bringt stehe hier durch hallo hier erstmal wieder alles weg 31 neun Stück blumen brauchen wir die blumen gut kürbis zu eigentlich könnten wir grad nochmal mehr Essen herstellen ne oh ich kann natürlich da alle am Wunmbaum in den Weg stehen ist klar blume blume kochen sushi hm quatsch land also hopp hopp so sam moment arm tüttet den da oben nochmal so ok kürbis 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 den können wir eigentlich herstellen noch ne davon haben wir jetzt auch noch nicht so viele äh mach mal alles kaputt da drüben so normalerweise könnte ich doch jetzt wie haben wir denn da vorne in den ziehen weiß ich nicht weil es im lager ist ok so zack ist nicht viel aber aber wenigstens etwas hm weg damit ja ob ich die hier verkaufen würde ist klar die können weg kriegen so viel Sand eigentlich ne äh mittlerer Rucksack stimmt ja vier stück hm ich stell mal ein paar Münzen her schadet ja nicht glaschen dafür brauchen wir halt glas momentan sind die öfen besetzt alle ne nicht mehr so das ist kohle was gefehlt hat eben ne so 50% schneller halt wupp wupp ok mittlerer Rucksack dann stell mir den mal her hm wie die hier am rumflitzen sind äh wie viele Blumen 39 falls ich eine Blumen noch hier die Kühe Slimes na gut tschüss instant alles weg ich wollte ja nochmal was anderes machen ähm Pepparoni na gut ist nicht viel Kürbissamen wollte ich auch nochmal welche herstellen so ne das will ich grad nicht mittlerer Rucksack vier Beutel Inventarslots ok passt Leder 10 Nachtschatten 20 für großen Gold äh Geldbeutel Königskleidung ist klar andere Probleme habt ihr nicht ne 10 Liter komm stellen wir erstmal davon nochmal was her ich bräuchte mehr Banken was ich aber erstmal mach dam 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 Inventars voll ja ist klar ich weiß Wirtschaft Tresor Ziegel gut an die Ziegel komm ich jetzt nicht an das kann dann weg so Ziegel hab ich äh Wirtschaft Tresor zack instant alles drin Stufe 26 äh aha warte mal das war hier Logistik Leuchttürme haben doppelt der Wirkungsbereich Bergbaulaser haben doppelt Wirkungsbereich Kraftwerke haben doppelt Wirkungsbereich Ballisten habe doppelt Wirkungsbereich doppelt doppelt äh aha Leuchttürme könnten wir aber erstmal machen oder äh erhält 20% mehr Erfahrung Lässt dich Fäden finden hm ich mach mal das hier 20% mehr Erfahrung so das bringt dann schon mal ein bisschen mehr was ein bisschen schneller äh wir haben bestimmt wieder genug Holz weil dann baue ich hier nochmal ein bisschen aus oh gleich anderthalb Stunden schon wieder hm ja hallo du willst immer noch das Ei haben ne Schriftrolle der Droiden Gründes Piment das ist das Papier hier ok wir können abgeben hab ich grad gesehen wisst ihr was bitte bleib erst mal da kurz hier nervt äh hallo so ja damit hallo die sind's schön vielen Dank hoffentlich magst du Tiere hiermit findest du mehr Prinzessin äh hilfe hilfe hilf der Prinzessin was hab ich denn bekommen du hast mir geholfen also helfe ich dir ich kann dir etwas basteln mit dem dich Tiere für immer lieben werden bring mir die Materialien dann bekommst du es ja das hab ich aber noch nicht ok hiermit kannst du aber das muss trotzdem erstmal die Materialien für haben döte Kuh äh ups war da nicht irgendwas wofür wir die brauchten nee ich hab's schon wieder vergessen hilfe nicht hier ne jetzt hab ich die Rubini schon nicht mehr wieder du kannst mich mal du kannst mich mal äh ok was ist das ich komm hier nicht mal hoch warte wie sieht's aus ok komm wir trotzdem nicht hoch doch komm wir bist denn du du gibst du kannst von mir aber auch aussterben hört sich wie ne Kuh an ne ich glaub dabei soll das ein Schaf sein hm die Viecher kann ich ja auch fangen kann das sein ich kann nicht mehr das kann ich mal flaschen aber mal flaschen ich kann mir gerade mal vier herstellen hab ich noch mal flaschen ich brauch mir Kohle though Ihr wart doch wieder mit ne? Eigentlich kann man das mal wachsen lassen und dann kann man die anfangen machen zu lassen. Ja lass das mal verrecken. Ich frag mich immer noch wie das hier gehen soll. Und du willst nix mehr? Okay labert mir das gleiche. Das war alles weg. Uiuiui. Hatten wir hier noch irgendwas drauf geben? Hier nicht. Da vorne. So das ist fertig. Hier. Grad nicht. Hier. Zack. Die brauchte ich für irgendwas. Ich hab schon wieder vergessen für was. Ich vergesse das immer viel zu schnell für was das alles ist. Wofür ich was brauch. Zack. Zwei davon. Königsstoff frag ich mir immer noch wie man das herstellen soll dann. Oder wann das funktioniert. Hallo du da. Schon wieder gestorben ey. Tschüss. So. Gläser. Oder Flaschen. Sushi hat mir. Upsalat hat mir. Suppe fehlt noch. Fleisch. Eiscreme. Dafür brauchen wir Mehl noch. Kekse. Brot und Käse. Sandwich. Zack. Das sind nur vier dann. Ah. So. Dann stellen wir hier auch noch welche her. Ah. Zack. 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 Können wir da nochmal was reintun? Ich würde sagen die Bahn. schon. Bar rin. Füßen wir das da rein. Ah. Was denn noch? Tue ich erstmal rein. Die brauchen wir nämlich momentan noch. Das könnte ich verkaufen. Aber irgendwie brauchen wir das grad nicht. Nutz ich eh nicht. So. Hallo. Ja. Wollt mich grad angreifen. Wie gemein. Vor allem die Knochen die wir kriegen ne. Hier brauchen wir die. Momentan gar nicht ne. Oder brauchen wir die zum Herstellen von irgendwas. Äh. Tierfutter. Ne. Mehl. Käse. Da freue mich. Ich kann so viel Mayo grad herstellen. Mehl. Stellen wir mal ein bisschen Mehl her. Äh. Zucker. So. Dieses ganze Geschieße grad. Es macht die Sache schon mal einfacher. Das ist wirklich so. Äh. Bauen. Falsch. Land kaufen. Drei sieben. Drei sechs. Drei Drei. Drei. Null vier. Zwei sieben. Eins sieben. Eins sieben. Nimm erstmal das Felix. Das ist dann hier. Was ist das? Was ist das? Das ist alles zu teuer. Naja. Okay.